Liebe Zuschauer, ich begrüße euch heute zum ersten Video im neuen Jahr 2021 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr hineingekommen und wünsche euch nachträglich noch ein gesundes neues Jahr. Was erwartet euch im Jahr 2021 in Train Sim World 2? Auf welche Strecken und auf welche Züge dürft ihr euch freuen? Und was erwartet euch sonst noch in TSW 2? Darum geht es heute in diesem Video. Der britische Entwickler Dovetail Games hat bereits am 22. Dezember 2020 die neue Roadmap für Train Sim World 2 angekündigt. Bei der Roadmap für Train Sim World 2 handelt es sich um eine Liste, welche alle geplanten und bereits in der Entwicklung befindlichen Züge sowie Strecken beinhaltet. Außerdem werden in dieser Liste auch zahlreiche geplante Änderungen, Bugfixes oder Verbesserungen für Train Sim World 2 aufgelistet. Den Link zu dieser Roadmap findet ihr in der Videobeschreibung. Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder auf neue Strecken in Train Sim World 2 aus den USA, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz freuen. Außerdem erwarten uns aus diesen Ländern auch zahlreiche neue Fahrzeuge. Bitte beachtet, dass die Reihenfolge der hier aufgezählten DLCs nicht die Reihenfolge der Veröffentlichung ist. Es kann vorkommen, dass ein hier aufgezähltes DLC später veröffentlicht wird oder auch früher. Das erste DLC, auf welches wir uns im Jahr 2021 freuen dürfen, ist eine Bahnstrecke aus Großbritannien. Dabei handelt es sich um das DLC South Eastern High Speed. Dies enthält die Bahnstrecke von London St. Penkretz nach Favorsham. Außerdem werden in diesem DLC die Fahrzeuge Class 395 und Class 375 mitgeliefert. Erfahrene Train Simulator Spieler wissen es. Ja, die Strecke gab es bereits vor einigen Jahren für den Train Simulator. Weitere angekündigte DLCs, welche sich bereits in der Produktion befinden, sind das Fahrzeug-Athon British Railway Class 313. Die deutsche Lokomotive DB Baureihe 187, welche von Skyhook Games entwickelt wird. Der britische Zug BR Class 465 mit Szenarien für die South Eastern High Speed Strecke. Die deutsche Lokomotive DB Baureihe 101 mit Szenarien für die deutsche Hauptstrecke Rhein-Ruhr von Duisburg nach Essen. Die Diesellokomotive Foslo G6 mit Szenarien für die deutsche Strecke Rhein-Ruhr-Osten, welche vom deutschen Entwickler Train Sim Germany entwickelt wird. Die DB Baureihe 420, ein Elektro-Triebwagen mit Szenarien für die Strecke München-Augsburg, ebenfalls eine Entwicklung von Train Sim Germany. Und die von vielen gewünschte Diesellokomotive DB Baureihe 232, die sogenannte Ludmüller, mit Szenarien für die Strecke Rhein-Ruhr-Sieg Nord, ebenfalls entwickelt von Train Sim Germany. Weiterhin erwarten euch zwei Bahnstrecken aus den USA. Zum einen die Strecke Cane Creek mit den Diesellokomotiven AC 4400CW und SD40-2. Auch diese Strecke wird entwickelt von Skyhook Games. Die Lokomotiven sind bereits bekannt von der Sandpitch Great Strecke. Außerdem erwartet euch die Clinchfield Railroad. Diese Strecke führt von Elkhorn nach Dante und enthält Diesellokomotiven aus zwei Generationen. Zum einen die CRRF 7 und die SD40. Richtig, diese Strecke ist auch im Train Simulator 2021 enthalten. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder mindestens eine deutsche Strecke für Train Sim World 2. Und das ist die bereits aus dem Train Simulator bekannte Strecke von Hamburg nach Lübeck. Dazu gibt es die Fahrzeuge DB Baureihe 112 und Doppelstockwagen. Außerdem wird hier die Elektrolokomotive MRCE DB Baureihe 182 angekündigt. Und das waren auch schon die bereits angekündigten Fahrzeuge und Strecken für Train Sim World im Jahr 2021. Weiterhin sind für Train Sim World 2 viele Upgrades und Bugfixes sowie neue Features geplant. Die genaue Liste findet ihr in der Videobeschreibung. Was ist eure Meinung zu den geplanten Fahrzeugen und zu den geplanten Strecken? Freut ihr euch auf diese Strecken? Auf welche dieser Strecken freut ihr euch am meisten? Oder wünscht ihr euch eine ganz andere Strecke oder ein ganz anderes Fahrzeug? Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Was denkt ihr? Wird es auch in diesem Jahr wieder eine neue Edition von Train Sim World geben? Zum Beispiel Train Sim World 2022? Auch darüber eure Meinung bitte in die Kommentare. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund. Euer Felix, der Weise.